ja moin leute herzlich willkommen zurück zum brennenden asphalt und ja ich würde mal sagen wir fahren mal die tour du jour zu ende hier das ist doch mal eine idee oh ich glaube ich habe den gar nicht repariert, kann das sein? 2, 1, los! das ist ein bisschen noch leise vor hier na mal gucken ja ist ja schon besser im im wenn in ob що w w w w w w w jetzt sieht ganz schön weg der porsche ne mal gucken schauen wir mal mach ich denn da habe ich pausiert und jetzt fahre ich mir die letzte kacke zusammen mann 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 sieht da kommen schon jetzt kill ich dich noch hier so ein sack mach dich weg machen wir das mal so ein bisschen aggressiver hier ich glaube es hakt ja 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 Die beste Runde. Sie haben das Rennen gewonnen. Ja, wie auch sonst, oder? Was geht da, der Peter? Wir alles ausbeulen. Oh, du, Hamroad, dann gibt's erstmal mächtig Schotter hier. Drei, zwei, eins, los! Drei, zwei, eins, los! Boah, hier wieder der letzte Hangai. Ja, ja. Ja, ja. Das ist die letzte Runde. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Oh, shit. Oh, kacke. Das wird eng hier. Das wird eng hier. Schwierigkeitsgrad ist echt nicht von schlechten Eltern. Kann man nicht meckern. Das ist Ihre beste Runde. Sie sind Erster. Na dann. Dann haben wir das gepackt. Glückwunsch. Sie haben diesen Kurs erfolgreich abgeschlossen. Sie haben die Goldmedaille geholt. Weiter zum nächsten Kurs. Knallhart. Oh, wieder jede Menge Strecken dann und so weiter. Ja. Nennt sich auch Tour du Jour. Das Ganze hier nennt sich Tour du Jour. Okay. Ja, gut. Feldkurs Nummer 2. Mhm. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Fangen wir das an. Bis dahin. Hau da rein.